Hallo liebe Kinder, hallo liebe Eltern. Ich begrüße alle ganz herzlich hier in der Kete-Kollbit-Schule, denn es ist der Grund, dass wir uns im Moment nicht persönlich treffen können, wir euch aber gerne die Schule schon einmal zeigen wollen, die ihr ab dem Sommer besuchen werdet. Und damit ihr alles euch schön anschauen könnt, haben wir einen Film gedreht. Lasst euch überraschen, viel Spaß dabei, wir freuen uns auf euch. Wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Bis zum 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 nächsten Mal.